Es ist dem Feind gelungen, die Front in Breitaufformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Tarzt-Haust gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung haben. Martyrer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum, Keitel, Jodl, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt sie? Das hier ist wahr, dass sie kein Befehl soll in der Zeit sind! Der Minister hat mit Verlogen! Jeder hat mit Verlogen, sogar die Osten ist! Die gesamte Generalität ist ein zweiter solcher Haufen niederzweißiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Die Stadt Feiglinge! Verreicher und Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist ein Geschmacks des deutschen Falsches! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahre lang hat das Militärakademie so verhindert! Es hat Ihnen jeden Morgen gekriegt! Widerstand! Ich habe ihn weggelegt! Ich hätte gut daran getan, um jahre alle Höroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war leer von der Akademie! Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganzer Rapper erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich nur verraten und betrogen worden! Es war ein ungeheuer Verrat geübter deutschen Falsche! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie werden das Zaufen in ihrem eigenen Blut! Ich würde gerne, jetzt beruhig dich doch! Von den Befehlen sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu fliegen! Es ist auf! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich das mit Berlin verlasse, irren Sie sich der Fall nicht! Eher jagle ich mir eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! Und dann das noch etwas größeres!